Sie ist das neueste Symbol dafür, dass in Europas Flüchtlingspolitik nichts mehr ist, wie es Malmö. Festung Europa! Macht die Grenzen nicht! Festung Europa! Macht die Grenzen nicht! Die sind keine Bedrohung für Europa. Es ist einfach eine Konstruktion, dass die nicht bedrohen sind. Du erzählst ja ein Scheiß, wenn du Tag lang gehst du. Versuch des Einschleusens von Ausländern als Vereinsvorsitzender von Mission Lifeline. In dieser Strafanzeige wurde der Vorwurf des Einschleusens von Ausländern erhoben. Also die Gefahren sind da vielfältig für die Menschen, die da auf der Flucht sind. Wir sollten gehen! Wir sollten gehen! Das ist der Strasse und das ist ein White Bad in der Legitimation. Vivian, nevermore! Vivian, nevermore! Es sind keine Flüchtlinge, sie sind zum Teil Invasoren. Herzliche Grüße aus Malta. Wir fahren jetzt gleich Richtung die libysche Küste und da können Sie mal sehen, was wir machen.